Heute werde ich euch erklären, wie ihr eure eigenen Bilder in Sims 4 reinbringt. So wie ich das hier mit Olaf gemacht habe. Was ihr dafür braucht? Als allererstes braucht ihr Sims 4 Studio. Und dann braucht ihr auch noch ein Bildbearbeitungsprogramm. Wie macht man Posen? Dafür öffnet ihr den Baumodus und gebt hier unten Teleport ein. Wenn ihr dann hier drauf drückt, dann bekommt ihr diesen Ritter hier. Und wenn wir denn auf die Sims drücken, dann erscheint die Fläche Pose by Pack. Und da öffnen sich dann ganz viele Posen, die ich schon runtergeladen habe. Das ist eine sehr interessante Pose. Also sie gibt ihm einfach einen Bussi auf die Nase. Alles klar. Und so hat die Familie Grusel jetzt dieses Bild von sich. Wir können auch gerne nochmal den Olaf aufhängen.